Schlage Sprüche Kapitel 31 auf. Sprüche Kapitel 31. Das ist in Vers 1, Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Schau, Mütter haben einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder, auf die Entwicklung ihrer Söhne auch. Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Also was Lemuel, wie er hier bezeichnet wird, lehrt, das kommt von seiner Mutter. Was seine Mutter ihn gelehrt hat. Mütter haben einen großen Einfluss. Und wenn du eine junge Frau bist, die noch nicht verheiratet ist, die aber gerne heiraten möchte, die Mutter werden möchte, fang an Bibel zu lesen. Fang an regelmäßig Bibel zu lesen, denn das ist etwas, geistlich reif ist ein Prozess, der lange dauert. Und je früher du anfängst, desto besser wird das sein. Und du kannst als geistliche Frau, wenn du eines Tages Mutter wirst, einen großen Einfluss haben auf die geistliche Entwicklung auch deiner Söhne. Deiner Kinder allgemein, aber nicht nur irgendwie deiner Mädchen, deiner Töchter, sondern auch deiner Söhne. Viele Männer, wie zum Beispiel König Lemuel, erinnern sich daran, was ihre Mutter ihnen beigebracht hat als Kind. Ich kann mich auch an meine Mutter erinnern. Meine Mutter war nicht gerettet, aber trotzdem, manchmal sind wir zum Gottesdienst gegangen und da gab es mal einen Kindergottesdienst in der evangelischen Kirche. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel, dass über Jona geredet wurde oder so. Und natürlich, ich weiß nicht, ob das alles unbedingt im Nachhinein zu 100% stimmt, die Details, deswegen will ich nicht zu viel sagen, weil man solche Erinnerungen natürlich auch irgendwann, nicht, dass man irgendwas dazu dichtet. Aber wenn ich mich recht entsinne, ging es in den Kindergottesdienst um Jona und das ist irgendwie mir hängen geblieben. Die Bibel beeindruckt Menschen. Und natürlich werden wir am meisten geprägt in jungen Jahren, als Kinder. Und der Fakt, dass meine Mutter mich zumindest zu irgendeinem Gottesdienst mitgeschleppt hat, wo ich zumindest irgendwas aus der Bibel gehört habe, hat mir geholfen in meinem Leben. Ich habe, dass ich früh Gottesfurcht entwickelt habe. Als Mutter hast du entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung deiner Kinder. Und was ist das, was könnte am wichtigsten sein, als die geistliche Entwicklung deiner Kinder? Was konntest du dir am meisten wünschen, dass deine Kinder Gott lieben? Dass deine Kinder in den Wegen des Herrn wandeln? Was konntest du dir am meisten wünschen? Und du kannst einen Einfluss darauf haben. Aber schau, wenn du erst irgendwann anfängst, mal ein Kapitel Bibel zu lesen. Hey, das ist gut, dass du irgendwann anfängst. Fang irgendwann an, ja. Aber es ist besser, wenn du früh anfängst. Es ist besser, wenn du als junge Frau anfängst, die du vielleicht noch nicht verheiratet bist, die du noch Single bist, die du Zeit hast. Dass du früh anfängst, Bibel zu lesen. Sprüche 31, du bist weiter im selben Kapitel. Ich lese dir vor aus 26. Schlage du schon mal auf, 2. Timotheus. 2. Timotheus, ich lese dir vor aus. Sprüche 31, Vers 26. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung auf ihrer Zunge. Junge Frau, du willst eine weise Frau werden. Du willst nicht eine dumme Frau sein. Du willst eine gottesfürchtige Frau werden, die dann auch einen gottesfürchtigen Mann finden kann. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, freundliche Unterweisung auf ihrer Zunge. Das, was die Bibel betont über eine zugendhafte Frau, dass sie weise ist. Nun, echte Weisheit kommt nur aus der Bibel, buchstäblich nur aus der Bibel. Echte Weisheit in den Augen Gottes kommt nur aus der Bibel. Es ist nicht so, dass wir von Ungläubigen gar nichts lernen könnten. Du kannst gute Tipps, gute Ratschläge, gute Fähigkeiten von Ungläubigen, auch von irgendwelchen Hardcore-Atheisten lernen. Aber echte Weisheit in den Augen Gottes kommt nur aus seinem Wort. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Junge Frau, lies deine Bibel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit.